Herzlich willkommen zu unserer tollen Sales-Aktion hier im Stammhaus bei Käfer. Wir haben alle Jahre ganz, ganz viele tolle Weine, weiß wie auch rot und ganz viel prickelndes und Champagner im Angebot. Und um euch heute die Entscheidung ein bisschen leichter zu machen, habe ich euch meine drei Favoriten herausgesucht. Wir starten mit einem schönen Weißwein und zwar vom Prinz von Hessen. Der ist ganz, ganz neu im Sortiment, der hat uns alle überzeugt. Das ist ein wunderbarer Riesling unter 10 Euro. Für mich zur Zeit wirklich der beste Weißwein in diesem Preissegment. Ein Bilderbuch-Riesling, der seinesgleichen sucht und wirklich mal einen Versuch wert. Wir können das Ganze jetzt noch steigern mit einem großen Gewächs, ebenfalls vom Prinz von Hessen. Das ist jetzt schon ein bisschen intensiver, komplexer und dichter, wunderbar zum Trinken und für 20 Euro ein Sensationspreis für ein großes Gewächs. Und bei den roten ist mein absoluter Favorit diesmal ein Amarone geworden. Der ist schön dicht, komplex, eigentlich genau das Richtige für diese kalte Jahreszeit. Wenn man dem ein bisschen Luft gibt, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde davor dekantieren, lohnt sich das bestimmt. Und der Wein gewinnt nochmal 10 bis 15 Prozent mehr Geschmack.